Beim Praktikumscamp von Wachter Part bekommst du eine Aufgabe, die du im Team mit anderen Praktikanten lösen wirst. Unsere erfahrenen Mitarbeiter helfen dir bei der Bedienung der Apple Hardware und geben Vorträge sowie Software-Schulungen, damit du der Aufgabe gewappnet bist. Dabei lernst du nicht nur viele Facetten des Ausbildungsberufes, sondern auch den Alltag in einer Werbeagentur kennen. Am Ende der Woche präsentieren alle Teams ihre Ergebnisse. Natürlich erhältst du dabei auch konstruktives Feedback. Du erhältst ein personalisiertes Zertifikat für deinen Lebenslauf und wir kennen dich schon, was deine Chancen auf einen Ausbildungsplatz erhöht. Willst du deine Ferien sinnvoll nutzen? Dann bewirb dich jetzt!